Musik Yoho liebe Let's Play Freunde und willkommen zu einem kleinen, naja, wie soll man es nennen, Let's Test, was weiß ich, ein kleines Let's Play, und zwar Ace of Spades, oder Spades, 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 genau, so wird es heißen. Könnt ihr euch ja selbst zusammenreiben, wie es heißt. Auf jeden Fall ist es eine Mischung aus, ja, ein Shooter-Game und Minecraft. Ihr könnt in dem Spiel Blöcke setzen, und ihr könnt schießen. Das hat sich gerade aus meiner vorherigen Aussage irgendwie herauskristallisiert. Und hier in der Mitte seht ihr schon schön die Controls, äh, was ihr alles machen, also, was ihr machen könnt. Und damit fangen wir mal an. Ich gehe ins blaue Team, und jetzt darf ich meine Waffe auswählen. Die erste Waffe ist so, äh, ganz normal, die gibt immer einen Schuss ab, oder so, keine Ahnung, wie man die nennt. Zweite Waffe, ich kenne mich mit Waffen nicht so aus, auf jeden Fall, die ballert, 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 ballert. Und die dritte Waffe ist, äh, Schrotflinde vielleicht, keine Ahnung, auf jeden Fall, die macht großen Damage. Ich nehme aber die zweite Waffe. So, und damit sind wir in-game. Juhu! So, wie ihr mal kurz seht, bevor ich jetzt kämpfe, erkläre ich mal kurz was. Blöcke kann ich mit Schüsse, warte mal, bin ich grün? Bin ich grün! Äh, warte mal, der in-game Sound ist etwas arg laut, kann das sein? Naja, ähm, ich mach das mal bei meinem Mikro etwas leiser. So, dann mach ich das auch bei meinem Video, ähm, etwas leiser. Und mit R können wir nachladen, und zwar 30 Schuss. Und jetzt nochmal zum Ding, auf der Scroll-Taste könnt ihr wechseln. Hier mit der Schaufel könnt ihr solche Blöcke abbauen. Es gibt auch Blöcke, die sich nicht abbauen lassen, das ist das Grundstein, denke ich mal. Dann könnt ihr Blöcke setzen, mit den Pfeiltasten könnt ihr die Farbe schön ändern. Hier, und jetzt ein weißer Block, und jetzt ein noch weißerer Block, und der weißeste Block. Nein, das ist der weißeste Block, auf jeden Fall. Ja, so macht man das. Und jetzt wieder meine Pistole, und hier noch Granaten. Achtung, Granate! Puh. Und ich kann entweder so abbauen, oder ich kann mich auch in den Boden graben. Okay, das hier ist jetzt Stein, was ich nicht abbauen kann. Ich kann aber auch mit meiner Pistole Sachen am Arsch schießen, und zwar brauche ich drei Schüsse mit dieser Pistole, um das am Arsch zu machen. Und mit den anderen weiß ich gar nicht, wie viel mit der Schrotgang glaube ich nicht viel. Gut, dann ab ins Gefecht. Ich habe keine Ahnung, wo hier überhaupt Gefecht ist. Hallo? 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 Okay, gehen wir mal in die Richtung. Wir sind grün. Und dieses Spiel gibt es kostenlos zum Download. Bloß finde ich dann doof. Ihr werdet dann auf eine Internetseite geschickt, wo ihr euch dann auf einen Server einloggen könnt. Und was eigentlich ganz okay ist. Da sind bloß manchmal viele Server voll und so. Ich bin jetzt gerade auf einem deutschen Server. äh, ja, weil ich deutsch bin. Ja, das hätten ihr nicht gedacht, oder? Dass ich deutscher bin. Und es gibt noch ein Ding, das kann ich vielleicht hier kurz zeigen. Äh, wenn ich hier Blöcke abschieße, und die sich nicht mehr aneinander... an... äh, nachladen. Nachladen! Und die nicht mehr aneinander halten. Äh, warum geht er nicht weg? Das wäre ein Fail. Naja, und... Hä? Fail, warum gehen die nicht weg? So, habt ihr es gesehen? Wenn sie nicht mehr aneinander halten, dann fallen sie einfach runter. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wo hier Feinde sind. Was ist denn das für eine doofen Net hier? Ich mag die überhaupt nicht. Äh, ich bin grün. Und bei mir backt es gerade ein bisschen, wie ihr merkt. Ich werde immer zurückgesetzt. Jetzt hör auf zu backern, sondern auf. Einfach nur vor... Ja, du backst bei mir auch. Wie auch immer du heißt. So, jetzt, ich bin doch... Hä? Achso. Ja, jetzt... Geh halt, du vor! Ah, Gott. Jetzt, hör auf zu backen. Backen! Nicht Kuchen backen! Kein Kuchen auch! Äh, warum backt das jetzt so abartig? Naja, egal. So, jetzt sind wir hier und hier ist dann auch keiner. Wie langweilig ist denn das? Was soll ich denn jetzt hier machen? Da ist niemand! Da ist niemand! Da! Nachladen. Blauer! 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 Shooter-Game! Ich finde es total lol! Und ich würde mich auch freuen, wenn vielleicht jemand von euch Lust hätte, mal mitzuzocken. Äh, einfach so, halt. Während einer Aufnahme mitzuzocken. Äh, ich werde, äh, wenn ihr mir eine persönliche Nachricht schreibt, eine PN, äh, werde ich drauf antworten. Äh, sag euch dann meinen Skype-Namen. Und dann können wir ja mal zusammenspielen. Dort oben ist jemand! Dort oben! Okay, ist doch gut. Hab mich geirrt. Trotzdem gehen wir mal da hoch. Das ist ein sehr, sehr schönes Gebirge. Das ist schwarz und grün. Besonders schwarz. Das macht Gebirge aus, dass es schwarz ist. Ist da oben jetzt jemand? Haha! Das Ding ist zusammengefallen. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott! Die Welt! Sie fällt zusammen. Sie wird nie wieder zu sein, wie wir sie gekannt haben. Autsch! Fuck! Fuck! Aber das Ding backt rum. Ich muss sagen, ich habe 30 FPS, was ich eigentlich recht gut finde. So. Habt ihr es gehört? Ich habe es rausgebracht. Hier müssten doch wieder... Haha! Fail, fail! Man kann hier auch Falsschaden bekommen. Was nicht so cool ist. Autsch! Okay. Äh, warte mal. Ich suche jetzt hier immer noch Feinde. Was sind das für ein Map? Als ich zuletzt gespielt habe, war ich auf einer Map, wo wir fast gegenüber gespawnt sind. Woher wir uns die ganze Zeit rumgeschossen haben. Und hier, hier ist ja gar nichts Spannendes. Aber wisst ihr was? Ich baue jetzt einfach mal aus Blöcken. Hier ist ja schon schön, hier ist ja schon mal schön angefangen. Und hier einer und hier und hier und hier und hier und hier. Also wie ihr seht, kann man sich hier wirklich eine, hoppla, eigene Basis bauen. Äh, doof ist bloß, man hat bloß eine begrenzte Anzahl von... Au, au. Hanna, Hanna, man hat bloß eine begrenzte Anzahl von Blöcken, insgesamt 50. Sobald man aber stirbt und wieder respawnt, hat man wieder 50. So, was machen wir? Du musst sterben! Okay. Ähm, vielleicht kennt sich jemand von euch noch besser mit dem Ding aus. Mit STRG kann man sich ducken. Das heißt, man kann durch zwei Dinger durchlaufen. Ich weiß nicht, was es mit den grünen Koffern, also was es mit den Koffern überhaupt an sich... Hey, hey, brauche mich nicht zu. Du Assi. Was es mit diesen Koffern auf sich hat, ich weiß auch nicht die Spielmodi, ich spiele einfach. Ich hatte jetzt gedacht, hier wäre ein bisschen Action. Scheint aber nicht so. Hm, das ist irgendwie doof. Hm. Ah, ein blauer, ein blauer, da oben, da oben. Ich habe ihn doch gesehen. Verdammt. Da oben, da oben, da oben hat sich was beweeeeeegt. Ich mag es, was wegzuschießen. Ähm. Granate! Oh, 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 oh. Bäh. Wegebasht. Granate! Hopla. Wegebasht! Au. Wart mal. So, oh Gott. Oh Gott. Da ist jemand, da ist jemand. Zeit, ganz. Arschloch! Oh. Hm. Er ist tot. Beschieden, ganz recht. Hallo. Oh, guck mal, der hat einen blauen Rucksack. Renn, Junge. Renn, Ghostman. So, bin wieder da. Ja, ha, ha, ha. So. Ähm. Auf M kann man die Karte reinholen. Ja, hallo, Karte. Ja, sehr schön. Mhm. Ja. Mhm. Da ist was Grünes und da ist was Violettes. Ah. So. Das Violette ist immer noch da. So. Das Violette ist nun entfernt. Es ist immer... Oh. We... Wir hatten es abgeschossen. Hä? Warst du das da oben? Da oben? Warte. Hä? Wir hatten es gerade abgeschossen. WTF? Ich nehme jetzt auch gerade mal 15 Minuten nur auf, dass... Du Violetter. Violetter Block. Wie ich dich hasse. Ich nehme jetzt auch nur mal 15 Minuten auf. Das lang, denke ich mal, für den Anfang. Ihr könnt ja mal euch dann selbst das Spiel runterladen. Schauen, wie es so ist. Also es ist wirklich viel, 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 viel spannender. Inge... Äh, also selbst zu spielen, beziehungsweise als ich gerade hab. Hier ist ja nix los. Bisher hat es bloß jemand. No Name get me wrong by my mind by YouTube 1. Du siehst deine Erfolge. XT. Tab. No Name. Er hat keinen Namen. Aber alle nennen ihn No Name. Blauer, 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 blau. WTF? Nachladen, nachladen. Der ist... Ähm... Der ist Afka. Away from Keyboard. Da war doch noch jemand. Oh. Mhm. Da war noch jemand. Hallo? Ja, ich bin der... Ähm, Lion. Ja. Ich bin neu hier. Wollte mal wissen, wie es euch so geht. Also, mir geht's nicht so gut. Ich penne grad ein bisschen. Ich bin doch müde. Ich hab zu mir viel Milch getrunken. Hm. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wo ein paar Blaue rumwieseln. Ja, sie wieseln rum. Autsch. Voll gegen die Wand gelaufen. Äh, ich hoffe, das langt jetzt noch. Ich find's halt doof. Ich kann nicht längere Folgen als 15 Minuten machen, weil ich halt kein YouTube-Partner bin. Anders würde ich hier wirklich mal 30 Minuten aufnehmen. Ja, ja. Naja, bin mal off. Achso, ich hab gedacht. Da steht, naja, bin halt Ninja. Ah, der ist gestorben. Fail, 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 fail. Rückzug. Okay, nachladen. Und. Schussbreit machen. Und da war er doch. Jawohl, WTF. Nächster Feind. Abgekillt. Auf welchem Platz sind wir denn? Äh. Achso, wir sind bei grün. Leon. Ich hab keine Ahnung, wie hier die... Autsch. 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 Lass mich runter. So. Ich hab keine Ahnung, wie hier die Platzierung ist oder so. Und ich hoffe auch, dass... Da war ein Blauer. Ich hab's doch gesehen. Da war blau. Ich hoffe, bei der nächsten Aufnahme können wir mal... Oh. Hm. Da war ein Blauer. So. Und da war auch ein Blauer. Ja. Der war mal. Verdammt. Aha. Verdammt. Wer hat denn den Fass gehabt? Ich bin Rüdiger. Hallo. Ich bin der Rüdiger. Ich bin neu hier. Ich bin NoName122. Ich bin Chantal. Ja. Was steht denn bei mir? Bei mir steht Layen. Ich bin auch die Chantal. Hallo. Ich bin die Chantal. Ja. Sollte da nicht Green stehen? Ich bin nämlich von Greenpeace. Diese grünen Blöcke. Sie sind mein Werk. Doch das hier ist nicht grün. Ich bin von Greenpeace. Grüne Blöcke. Grün. 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 Alles, was grün ist, muss grün bleiben. Grün. 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 So. Greenpeace war aktiv. Pew. 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 Mit Hälften. Da ist ein Blauer. Oder war das nur ein Blauer? Oh. Ja. Blaue Blöcke sind genauso aggressiv. So. Jetzt hab ich mal den blauen Blöcke. Jetzt hör auf zu backen. Scheiß Spiel. Was kommt davon, wenn dein Internet so gut ist wie ein Flaschenverschluss? Okay. Ich frag mich, wann 15 Minuten um sind. Kommt mir nämlich jetzt etwas arg lang vor. Aber naja. Umso länger, umso besser. Da hinten ist ein Blauer. Zielen kann man übrigens auf rechts klicken. Obwohl ich das natürlich nicht besonders vorgetroffen bin. Bin ich gut? Bin ich der Pro hier? Was ist der Pro? Hm? Ja. Ich bin der Pro-Gamer. Oh Mann. Hier Buggies. Hier. Ich bin der Bug-Gamer. Bei mir buggied alles rum. Hey, wer siehst denn da? Jemand schießt auf uns. Ah. Da hinten. Der schießt auf uns. Und da hinten. Hm. Steh auf, du fauler Sack. Es ist noch keine Schlafenszeit. Du fauler Sack. Steh auf. Hey, bei Verliegen. Oh, und damit ist auch die Zeit abgelaufen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat dieses Spiel gefallen. Beziehungsweise die Aufnahme. Ich hoffe, mein kommentatorisches Talent wird besser. Und wenn ja, dann bewertet doch dieses Video. Und vielleicht bleibt auch mal ein Abo hängen. Ähm. Werden wir alles sehen. Und ich schieße hier noch ein paar farbige Blöcke ab, weil das Spaß macht. Granate. 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 Hoppla. Tschüss. Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.